Wir haben den 22.08.2022. Jetzt sehen wir hier vorne den Bussag. Ich bin gerade angekommen. Ich mache nur jetzt. Ich mache noch diesen Überlauf mit einem Video, damit er noch mal näher kommt. Aber jetzt sieht man ihn gerade sehr schön. Er ist hier vorhin noch überbaut geflogen. Ich hätte vielleicht auch ein schönes Video machen können, aber ich schaue jetzt mal, ob er noch näher kommt. Ich habe ein paar Filme. Ich komme hier bis zum Haufen. Ich bin hier. 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 Erst ab 20 Minuten. Es ist nicht jeden Tag so. Es gibt einen Tag, der gar nicht herkommt. Aber heute ist das der Fall. Und dann gehe ich. Pfeife, verwirrt das ein, aber wir werden da noch nicht sehen. Aber wir wollen Tinga, Es gibt einen Wallisch-Uggen, aber wir kommen auf denen sie noch aus. Aber wir wollen Tchigan. So they only wollen Tchiganforce. Tchigan. So kommt es ein. Aber wir wollen Tchigan. 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 Das war's für heute.